Press start to play! Okay! Aber das sind so Level, die spielt man halt gerne. Oh, Münzen! Münzen zeigen immer den richtigen Weg im Normalfall. Oh! Nein! Ein Cheap Cheap Spawner! Okay! Basta Hölle! Komm! Das ist einfach immer herrlich, was man mit diesen Sounds machen kann. Ich finde das immer wieder herrlich. Du, 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 du! Okay! Falls man ein paar Items verloren hat, kann man diese... Ah! Ah! Wow, 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 wow! Wow, Dudes! Ist halt die Frage, lohnt es sich da rein zu gehen, ja oder nein? Okay, ein Unterwasser-Yoshi! Ah! Wir snacken einfach alles weg. Warum auch nicht? Ein Cheap Cheap unter Wasser, was Flügel hat. Okay. Ich meine... Warum auch nicht? Aber... Dieser Level macht... Schon wirklich sau viel Spaß. Oh Gott! So! Alles klar! Alles klar! Hoffentlich funktioniert das! Nein! Ah! 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 Es ist also... ein Troll! Nicht schlecht. Ah... this also... 甚麼? Lieber Marcel, ganz nett gemacht. Das sieht... Okay. Okay, das versuchen wir nochmal. Okay, das ist ein sehr, sehr netter Level, wo ich dann denke... Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Kann man mal so machen. Gut. Schauen wir einfach mal rein. Kirbendo, was hast du denn zu bieten? Okay. Sah jetzt nicht so danach aus, aber... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah! Nein! Oh Gott! Ah, da scheinen alle zu sterben. Da scheinen irgendwie alle zu sterben. Von daher keine Schande, solange man nicht bei den Goombas stirbt, ist... Ja! Glaube ich alles okay. Okay. Nett! Ach, komm schon! Euer Ernst, Leute! Danke! Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. So. Danke! So, oh man, hat man da Lust irgendwie was zu tun? So, kannst du bitte aus dem Bild fliegen, danke. Weißt du, jetzt kommen die in Scharen raus. Okay, ich glaube, jetzt habe ich doch kein Problem. Oha. Okay. 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 Oha. Gerade mal was heute ist, ich habe keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Der nette Kerl hat gewonnen. Und ja. Nicht schlecht. So, und dann gucken wir mal. Okay. Okay. Ich habe irgendwie das böse Gefühl, dass wir uns da durchbringen müssen. Und dieses böse Gefühl hat sich bewahrheitet. So, wir sind ein Link. Oh Gott. Ernsthaft. Okay, das ist jetzt. Das ist wirklich so eine knifflige Angelegenheit. Würde ich persönlich behaupten. Wack. Wack. Hm. Okay. Last try. Aber. Ja. Na. Na. So. Und. Nein. Oh. Okay. Jetzt aber wirklich letzter Versuch. Weil. Na. Kann ja nicht, kann ja nicht. Muss ja schaffbar sein hier das Level. Mit Ruhe und Geduld sollte eigentlich alles gehen. Ah. 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 Wo kam der jetzt her. Egal. Wie gesagt. Das war's für heute mit Mario Maker von mir. Und. Ja. Ich würde sagen. Bis morgen. Haut rein. Lasst ne kleine Bewertung da. Wie ihr so die ganzen Level findet. Die online zu finden sind. Und. Ja. Dann würde ich sagen. Bis morgen. Und. Ciao.